ja es sagt hallo leute zum heutigen let's play bricke vor uns m moment so es war ein bisschen komisch weil ich nicht 30 bilder pro sekund habe was ich eigentlich immer hab darum keine ahnung ja heute ähm wieder ein bricke vor uns let's play und ähm jo eventuell schauen wir mal in irgendwelche räume gehen wir mal hier rein oh na komm what was soll denn die kacke jetzt ach so passt schon ich dachte schon wieso kann ich die waffen nicht auswählen aber es war ja weil nahkampf war darum okay passt dachten wir schon jetzt in die aktionsleiste tue ich was könnte ich denn noch rein tun ähm bazooka tue ich einfach mal rein und und ja egal ähm minipark raum voll wipplager raum voll ring nee pool sauber nee alles voll karlers 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 keine fange oder so nee gut karlers weiß ist aber streng genommen keine farbe um das klarzustellen karlers 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 so direkt das meine maus verzogen hat karlers 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 FA karlers karlers bei mir auf meinem left Pop hat ähm Letzthus gewesen zuletzt ein der ؟ Findung mir gespielt und der die mausempfindlichkeit umgestellt und Darum ist es jetzt ein bisschen ungewohnt Also Ich hab schon wieder die normale Jetzt aber Ich hab ja vorhin Beziehungsweise Also vor dem Letzple die ganze Zeit schon Mit der anderen Empfindlichkeit gespielt Und jetzt ist die ein bisschen ungewohnt Darum hab ich jetzt grad nicht so gut getroffen So Schlecht Ich hab immer noch Rüstung Oh das war schlecht von mir Ganzes Magazin für so wenig AP Ja Hat sich angewandt Das jetzt lefted Ähm Ich muss euch dann eine Medium Waffe nehmen Glaub ich Wipplager Tu was ist tu Oh Helf mir dem Level 1 Ja da mal Jetzt hab ich immer noch die Snows Ich wollt eigentlich doch Space Nights Alter Wehe die gegen mich Ich sag's euch Das ist doch Die wollen den Typen nur farmen Die wollen den Typen nur farmen Das ist Wirklich unfair Weil der jetzt Weil Wenn sich da jetzt Ein paar Freunde zusammentun und Verschwören sich Weil im anderen Team Loser ist Und sobald ein guter kommt Kicken die den Sind in der Überzahl Der kann nix machen Ah Huste 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 Ähm Übrigens Wird Vielleicht Ähm Freitag schon Also morgen Ein LP kommt Normalerweise ja nicht Aber Morgen eventuell schon Weil Dafür dann am Sonntag keins kommt Weil ich am Sonntag noch nicht weiß Wie viel und ob ich Zeit hab Weil ich da Fußballturnier hab Ja Und Genau So Darum Weiß ich noch nicht Danke Wenn er nicht geschossen hätte Ich hätte nicht gewusst Dass er da ist So Wenn der jetzt kommt Dann Hoffe ich Dass er noch die Strohflinte hat Ah Die sind aus Die kommen wieder nicht so weit Die Weltraumates Wären jetzt hier Geil Ach komm Ich hab den doch getroffen Alter Hacker Ne Scherz Hab früher immer zu jedem Hacker gesagt Ah lag das Habe ich mir den abgewöhnen müssen Weil das Den Jack hat das so aufgeregt Dass ich jeden Hacker genannt hab Ich hab aber auch wirklich Jeden Hacker genannt Oh Ja Ja Das Darum hat's geleckt Weil Avira Irgendwie Was gefunden hat Was angeblich Ein Virus sein Es sollte Alter Viel zu viel Life Hab ich verloren Dafür Dass ich Ja Dass der noch volle Rüstung hatte Äh Nicht mehr volle Rüstung hatte Und ich schon Bin ich Ah Mit der Biken Da Und ich Mit 50 Life Da Nun ja Jetzt verrät er sich Wieder Wie Das Wie Das Wie 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 Sagt Ich Muss Nichts Nur mal Wieder Die Grafik Gewöhnen Aber Geht Schon wieder Besser Da 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 Ist Er Fuck you Jetzt Jetzt hat er mich Verraten Er hat mich Verraten Indem er Geschossen hat Einfach So ein Nob So Ich 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 Weg. Ja, war klar. Ich hab' einmal's los angelegt und dann vergesse ich immer, dass ich sie angelegt hab. Ah, fuck. Ja, das braucht einfach nur ewig zum Nachladen. Oh, legt das wieder. Oh, legt das. Oh, legt das. Ja. Nein. Nee, den will ich kicken. Und Jetkill macht der. Nein, du Depp! Komm, er muss hinein in den Moment spawnen, oder? Oh, legt das wieder. Oh, legt das wieder los. Macho. 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 Und... Um, damt. Spite im Nahkampf ist immer noch nicht so schlecht, aber ich kann mit ihr nicht so gut umgehen wie andere. Ich kann ein Besse mit der Hornet spielen, aber auch nicht so gut. Es macht den Nade-Sound so, wie so eine Nade klingt, wenn man sie nimmt, aber ich habe gar keine Nade. Fail. Nein, von beiden Seiten. Gut, passt. So. Bei mir hat es gerade, also mich hat es aus BF wegen irgendeiner Meldung von irgendwas rausgehört, also irgendeine Fehlermeldung vom Computer und dadurch, dass es dann die Grafik von BF umgestellt hat, ist Fraps auch abgekackt, also darum ist die Aufnahme kaputt. Ich bin zurückgegangen und dann war die Runde eh vorbei. Wenn ich Bock auf so einen Waffentyp hab. Passwort knacken. Und eins, zwei, drei, vier. Schade. Alles voll. Neigt wieder fast zu lächeln. Was? Wo denn? Ach, ist es eine Bugmap oder wie? Sag nicht, hier ist es eine Bugmap. Sag nicht, hier ist es eine Bugmap. Ne, doch. Bugmap. Wer braucht denn sowas? Wer braucht sowas? Solche Leute verstehe ich einfach nicht. Es sind zur Zeit wieder so viele solcher Räume da. VIP-Glitch zum Beispiel. Oder Lollig. Alter, das sind genau solche Leute. Ich check's einfach nicht. 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 Das ist nicht gut, Brick Force. Nicht gut. Hm, wenn ich ehrlich bin, dann finde ich es total schwul einfach nur diese Aktion. Danke, dass ihr zu zweit nur auf mich geht. Ich hab doch... Was soll ich denn machen? Ach, ne. Die goldenen Waffen, die sind sowieso total schwul. Brick Force ist einfach zur Zeit einfach nur das Schlimmste, was es gibt. Früher, da waren seltene Waffen, ja noch selten, aber jetzt gibt's eine seltene Waffe ja schon einmal pro Monat oder so. Das ist doch nicht normal. Und jeder hat das und jeder hat ne Orion selten und jeder hat diese goldene Waffe. Es ist... Ich hab doch keine Chance, wenn der die Waffe hat. Das ist das... Ich... Ich... Ich hab null Chancen. Und das... Das liegt ja nicht daran, dass ich nicht spielen kann oder dass er so gut spielen kann. Sondern die Waffe ist einfach viel zu effektiv. Und das soll sich BF mal anschauen, weil es einfach nur... Finde ich nicht zum... Spielen dazugehört. Und von der anderen Seite her... Gibt's 150 Rüstung. Bei 150 Rüstung kann doch nicht mal die beste Sniper One-Nit machen. Das kann nicht mal die Snake selten. Das ist... Und jetzt danke, dass es nicht in den Scope gegangen ist. Was mich einfach nur aufregt an BF. Die waschen mich doch. Da, er stirbt noch nicht mal jetzt. Der andere ballert auf ihn und jetzt er und dann... Hat man auch schon keine Chance mehr. Oh, okay. Wahrscheinlich seine Aktionsleiste noch nicht wieder aktiviert und... Somit... Konnte ich ihn... One-Hidden... Hidden, Hidden, Hidden... Und er kriegt ihn Gottseidank noch. Und er kriegt ihn Gottseidank noch. Und er kriegt ihn Gottseidank noch. So. Da kommt er. Und ich... hab dich nicht, weil du nicht kommst. Dann kommst du eventuell von hier... Wasp Kill! Danke, dass ich jetzt... Alleine gegen die... Schwuchtel... Spielen muss. Danke, dass du über mir bist. Und danke, dass wieder ein neuer... Irm... Mein... Team gefunden hat. Ja, und... Ich hab null Schaßen. Aber wirklich... Null! Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch nicht den Hauch einer Schaß. Mit der Sniper gerade noch so, wenn ich ihn gut triff, aber... Mit der einen, nel den białaieren... In der Nähe, weiß ich, meinen dass du sonst bist... In der Nähe... In der Nähe, die schaаются immer... Wasp about... La Tür kommt右 auf... Komm schon, wo ist denn der nun? Da vorne. Mitte. Ich, er braucht nur ein paar Schüsse. Das ist einfach nur, das ist, wenn, wenn es eine Waffe gibt, die noch effektiver ist als schon eine beste Waffe, dann gehört die für mich nicht in so ein Spiel. Das ist, mit der Waffe kann jeder praktisch Skill haben. Und, also ich find's wirklich eigentlich nur eine Sauerei. Sag ich euch so, was meine Meinung ist und die Waffe ist einfach nur total gay. Hier, er hat mich zweimal getroffen oder so und ich hab nur noch 41 HP. Hm, hm, hm. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Fick dich! Ha, den hab ich jetzt gezeigt, ne? Diesen Patriot Pop. Verdammt! Oh! Ups! Das war keine Absicht. Man muss einfach noch Free fragen, dann geb ich schon Free, aber wenn er nicht fragt... Bitteschön. So, so, wenn er dann noch Free fragt, und ich hab's selbst für gemacht halt, dann kriegt er auch Free. Wenn er keinen Free verlangt, dann geh ich davon aus, dass er ein Spieler ist, dem das egal ist. Und geb ihm darum auch keinen Free. So, jetzt... Schau mal, ob wir den Gegner hier irgendwo... ...ziehen, aha. Mist. Und von der Seite. Ah, die Seite. Hach! Keine Aktionsleiste. Wie bitte? Hä? War schon Totentat... Achso, war das der hintere? Hab ich dann den sogar noch getroffen. Fett. Loose. Toll, ja. Also der ist echt, ständig einfach nur ein... Pay to the Noob Die Waffe ist einfach nur, die kann man auch nochmal angucken Wenn die hier noch irgendwo wäre Die ist einfach nur, ich finde es einfach nur total gay Ist die eigentlich jetzt genauso wie die normale Condor, das würde mich jetzt auch noch interessieren Aber, ähm, ja, das, ja, auch gleich, Elkstraße auch Haben die gleichen Dings, aber Ich, also die Condor Ambrust Max Up ist, finde ich, eigentlich genauso Wobei es mir bei dir eigentlich noch viel schlimmer vorgekommen ist Aber ich spiele auch eigentlich nie gegen einen, der die Max Up hat Aber ich bisher fast nie, aber... Trotzdem finde ich es einfach nur total kacke Und auf einer Map wie Skygarten Hat man gegen so eine Waffe überhaupt keine Chance Ja... Mit dieser traurigen Botschaft Sag ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal WDR 2 WDR 2 WDR 2